Du kennst das. Die Tonverbindungen auf dem Saxophon, die fühlen sich alle sehr unterschiedlich an. Je nach Register, in dem du dich gerade bewegst. Und wenn du von einem Register zum anderen spielst, zum Beispiel über die Oktavklappe drüber, dann kann es ganz kompliziert werden oder eben der Ton kann nicht anspringen, er kann quietschen, es kann klappern. Und die Verbindung, bei der das gerne passiert, heißt C2E2. Und die schauen wir uns mal genauer an. Du kennst das Lied. Der Anfang von Amazing Grace. Und da haben wir sie schon drin, diese Verbindung. C2E2. Und das schauen wir uns gerade mal genauer an, warum das klappern kann. In der rechten Hand, da wird es nicht dran liegen. Da gehen zwei Finger auf und ab und diese beiden Finger, die kriegt man auch gut hin, dass die gleichzeitig sich bewegen. Aber in der linken Hand, da ist noch der Daumen dabei. Und vorne Zeigefinger und Ringfinger. Die sind doch sehr unterschiedlich, wie die sich anfühlen. Und vor allem, dass der Mittelfinger liegen bleibt. Die Verbindung ist so unbequem, der gebe ich sogar einen Namen. Ich nenne es die Gabel. Den Gabelgriff. Und wenn wir jetzt nur mal den Anfang von Amazing Grace anhören. Du hast es mit G, C. Ist da schon diese Gabel drin. Wenn du vom C zum E gehst, ist es wieder rückwärts. Dann senken sich die Finger. Vom E zum C geht es wieder auf. Okay, also der Gabelgriff, da reicht es, wenn wir nur die linke Hand anschauen. G, C. Und wenn du jetzt diese Bewegung mal hin und her machst, dann kannst du feststellen, dass die beiden Finger sich unterschiedlich anfühlen. Prüf mal nach, mit welcher Finger leichter hoch geht und welcher Finger leichter greift. Und da wirst du merken, der Ringfinger und Zeigefinger sind da komplett unterschiedlich. Konzentrier dich auf einen Finger beim Heben und vielleicht auf den anderen beim Senken. Ich mache es so, beim Heben konzentriere ich mich auf den Ringfinger, zack, und beim Greifen auf den Zeigefinger. Und dann schaue ich, ob das besser wird. Wenn sich da bei dir jetzt keine Änderung ergibt, es immer noch klappert, oder vielleicht sogar stärker klappert, dann weißt du, okay. Also, beim Heben konzentriere ich mich auf den Zeigefinger und beim Greifen auf den Ringfinger. Und wahrscheinlich wird es auch das sein. Also, dann hast du schon den Finger identifiziert, um den es geht, wenn du C2, E2 machst. Denn konzentrier dich bei dieser Verbindung, da gehen dann noch Daumen und in der rechten Hand die Finger mit, nur auf einen Finger und schon wird es klapperfrei. Jetzt kommt aber das Nächste, dieses E2. Manchmal springt es gar nicht wirklich an. Vielleicht quietscht es sogar. Und woran liegt jetzt das? Das liegt daran, dass, wenn du dir das Saxophon anschaust und mal schaust beim E-Griff, wo die Luft rauskommt, nämlich bei der ersten geöffneten Klappe, und das ist die D-Klappe, da kommt die Luft hier raus. Wenn du das C greifst, dann ist die erste geöffnete Klappe hier oben und die Luft kommt hier raus. Also, die Luftsäule ist nur so lang. Beim E2 ist die Luftsäule bis da unten lang. Also, um so ein ganzes Stück, 30, 40 Zentimeter, je nach Saxophon, wird die Luftsäule plötzlich verlängert. Wenn du ein G zum A machst, da ist die Luftsäule von hier nach hier nur ein paar Zentimeter. Und hier plötzlich so ein großes Stück mit einem Schlag. Das musst du ausgleichen. Wie geht jetzt das? E2 mache ich folgendermaßen. Ich summe mal diesen Ton in der Kopfstimme. Wo spüre ich den, wenn ich da das Glisando nach oben mache? Immer mehr im Kopf, immer mehr zwischen den Augenbrauen. Und das probiere ich beim Spielen. Wenn ich das C spiele, spüre ich den Ton hier oben voraus. Ja, das klingt jetzt witzig, aber so machen das Sänger. Die nutzen Brust- und Kopfstimme. Und wir beim Blasinstrument brauchen das auch, um sowas auszugleichen. Diese Vergrößerung der Luftsäule. Okay, wenn ich das mal, mach das mal mit mir mit. Probiert zu spüren, wann die Stimme diesen Bruch macht von der Bruststimme in die Kopfstimme. Wenn du in der Kopfstimme angekommen bist, dann geht es nämlich mit Leichtigkeit nochmal viel weiter nach oben. Und das soll sich so anfühlen beim Blasen auch. Da liegt dieses E2. Und wenn ich jetzt diese Verbindung spiele, C2-E2, dann spiele ich direkt da oben in den Kopf rein. Ich stelle mir den Ton sogar vorher vor, bevor ich das E2 greife. Also. Hast du es gemerkt? Also wenn du dir den Ton wirklich vorher vorstellst, das ist die Übung. Vor dem Greifen den Ton zwischen den Augenbrauen sich vorstellen. Dann springt der mit Leichtigkeit an. Und darum geht es. Diese Luftsäule, die hier mit einem Sprung sich verlängert, innerlich mit deinen Resonanzräumen ausgleichen. Jetzt haben wir schon den zweiten Aspekt nach den Fingern. Deine Resonanzräume. Ich nenne das Fahrstuhl, weil der mit dem Ton mitläuft. Der hohe Ton zwischen den Augenbrauen. Und als drittes brauchen wir jetzt doch noch die Luft. Dass die Luft stabil fließt. Da darfst du keine Lücke machen. Wenn du mit den Fingern neu greifst, soll die Luft nicht stocken. Das geht durch. Und das probieren wir jetzt mal. Dass du jetzt konzentrierst, dass du dich komplett auf den stabilen Luftstrom, der da stetig weiter fließt. Und jetzt wirst du sagen, okay, ich muss ja jetzt schon wieder an drei Sachen auf einmal denken. Beim Üben mach es so. Üb genau diese Tonverbindung, bei der es hakelt, bei der es klappert, bei der es quietscht, bei der irgendein Ton nicht richtig anspringt. Und check die Sachen der Reihe nach durch. Erstmal deine Finger. Was machen die Finger? Sind die sauber? Das nächste ist Resonanzräume. Wenn so eine Verbindung ist wie hier, C2, E2, gilt auch für C2, D2. Alle Verbindungen, die über die Oktavklappe gehen, wo die Oktavklappe mit beteiligt sind. Auf jeden Fall check, ob du deine Resonanzräume mitverwendest. Und last but not least, das Entscheidende für uns mit dem Blasinstrument ist immer, der Luftstrom muss fließen. Und dann kannst du dein Stück geschmeidig gestalten und alle Töne klingen genau gleich. Es platzt kein Ton raus, das C platzt nicht raus, weil das so leicht anspringt. Das E springt sofort an und klingt nicht mehr so geschlossen und dumpf. Ja, viel Erfolg bei dieser Tonverbindung. Schau es dir genau an und es klingt geschmeidig.